Okay, jetzt hier ist mein Hannover-Kuh. Hier kommst du erst mal, Martin. Sag etwas in die Kamera. Was geht ab? Ja, sagst du mir, wie geht's in Deutschland? Wie geht's in Deutschland, oder? Ja, super hier, ne? Ja, das ist perfekt. Alex ist hier den ganzen Tag in der Hut gechillt. Ja, natürlich, du bist der Playboy, ich hab's gehört. I'm Rick James, bitch. Das ist der Dame. Hier ist Philipp. Weil der Vater krank ist. Ja, was machst du, Philipp? Schöne Grüße aus Deutschland. Dankeschön. Hier ist der Habe. Heval, Heval, nicht Ferhat. Hallo, Ferhat, wie geht's? Ja, gut, gut. Heval, nicht Ferhat. Oh, woher ist Ferhat? Ferhat ist over there. Achso. Heval. Ich mach Revolution. Kennst du das? Das ist Chekawa. Ja, ja. Und hier ist Maik, a.k.a. Cory Feldman in Deutschland. Warum ist das eine Jacke? So kalt du bist, oder? Yes, really cold. Du Lug. Du Lug, ne? Das ist nicht kalt. Das ist Paris wieder bei uns. Meine Testiakle sind klein. Wieso? Hast du Bibelstück geguckt, oder? Es ist kalt. Ja, das stimmt. Ich bin auch kalt, aber... Wie darfst du filmen, Adamo? Adamo? Kommt jetzt. Heil Hitler! Er hat dein Sugg Life T-Shirt jetzt. Schauen auf diese Kamera. Er hat dein Sugg Life T-Shirt. Das ist hier der White Widow mit Socken. Ja, so. Mit der White Widow. Aber jetzt lass mal. Erst, erst. Erst, erst. Erst, erst. Ich bin Shurkan. Ich bin aus Pakistan und ich liebe die deutsche Mädchen. Weil die deutsche Mädchen wollen zu fügt, you know? Ich habe eine sehr große Kacke und sie sagen, oh mein Gott, das ist sehr schön. Und ich sage, ja, das ist normal. Und dann sage ich, du willst mit mir zu fügt? Ja, natürlich. Weil die deutsche Damen sind immer die beste Nummer 1, ich denke. Genau das ist es. Ich kann auch gerne auf Deutsch mit euch unterhalten. Ich sage, f*** die amerikanische Biblische. F*** ihren. F*** ihren die Pozze. So sehe ich das auch. Und jetzt... Ey, das ist mein Walk. Ich bin ein Automan. Und jetzt was... Welche Sekretten rauchst du? Welche? Rot oder Licht? Beste. 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 Ah, Marble Reds. Ja, das ist die Nummer 1 in Deutschland mit amerikanischen Sekretten. Ja. Ja. Ja, für mich ist es immer Hitler das Beste. Ja, das? Nein, Malvo ist gut. Nein, weil ich in Amerika immer... Es ist immer Marble. Aber wenn ich komme in ein anderes Land, ich immer rauf. Du bist das erste Mal Deutschland jetzt hier? Was? Du, jetzt das erste Mal Deutschland hier bist. Warum bin ich hier? Nein, bist du das erste Mal hier. Ah, das erste Mal, wenn ich hier war? Heute? Heute? Ja, ich war hier letztes Jahre. Und dann die letzte Zeit war 1997, wenn ich ein Kind war. Was ist Erdog Hollywood? Ich bin Erdog. Erdogan der Schamür. Und wie lange bist du hier in Deutschland? Ich bin hier geboren. Und wie alt bist du jetzt? Ich bin... Ich weiß nicht wie alt ich bin. Spaß! Nein, ich bin 20. Okay, ich bin älter als dir, also kein Problem. Ist doch kein Problem. Wie alt denkst du ich bin? 26. Älter? Nein. Doch. Ich habe 50 Euro, jetzt sage ich bin älter. Ich habe meinen Führerschein, das sagt wie alt ich bin. 30. Okay. Moment. Ja, der weiß noch nicht was. Junge. Ich bin ehrlich, 32 Jahre alt. Erstellte dir das online oder was? Nee, ich mag das eigentlich nicht so in der Kamera, ne? Ich habe wirklich lange gewonnen, Poli-Russ, Mann. Oh, Amerika. Ey, was kommt hier? Ja, sag auf. Komm, felschen, Amerika-Russ. Wollt ihr aufdacht? Es wird lustig, wenn ich da vor allem ein Hitler drin bin. Halb Italiener, das sagt das. Nee.